Hallo, hier zeige ich euch, wie das Skihelmcover Lustige Biene auf dem Skihelm aufgezogen wird. Das ist sehr simpel. Beim Helm muss der Verschluss geöffnet werden. Dann kommt das Skihelmcover einfach hier drüber gezogen und ein bisschen mehr drüber gestülpt. Das ist universell verwendbar für Helme von Erwachsenen. Für Kinder gibt es spezielle Größen. So, dann kann der Verschluss schon wieder zu. Es wird ein bisschen zurechtgezuckt. So, und fertig ist der lustige Auftritt auf der Skipiste.